Hallo, herzlich willkommen am Tag der offenen Tür in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Ich würde Sie viel lieber persönlich begrüßen hier in unseren Ateliers und Räumen. Aber wir haben für Sie ein Programm zusammengestellt, was zumindest Ihnen Begegnungen ermöglicht mit einigen der Personen, Studierenden, Professorinnen, Professoren, die Sie dann hier auch persönlich empfangen werden, wenn Sie dann hier studieren. Mein Name ist Barbara Wille, ich bin hier die Professorin für die Orientierungsphase. Das heißt, wenn Sie hier angenommen würden, hätten Sie das erste Jahr mit mir und meinem Kollegen Ingmar Brun zu tun. Und damit Sie auch jetzt schon mal eine Vorstellung davon bekommen, wie wir mit Ihnen über Ihre Arbeiten, über die Arbeiten von MitbewerberInnen sprechen, schauen Sie sich unser Zoom-Gespräch an, klicken Sie sich ein. Herzlich willkommen und viel Spaß beim digitalen Tag der offenen Tür in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. 3. 5. 6. 6.